Musik Sommermärchen auf zwei Rädern, das gab's am Wochenende in München. Und Yosh Shihiln Australien besiegte hier Taka Hikashino aus Japan beim märchenhaftem Sommerwetter bei dem Red Bull X Fighters World Tour Stop in München. Während das deutsche Wunderkind Luke Ackermann die heimischen Zuschauer mit einem sensationellen vierten Platz in seinem ersten internationalen Wettbewerb begeisterte. Shihiln, der Sieger, begeisterte bei seinem ersten Sieg seit 2011 mit einem perfekt ausgeführten Double Backflip, Flair und Double Grab Backflip die Massen. Taka Hikashino aus Japan belegte den zweiten Platz. Der World Tour führende Levi Sherwood aus Neuseeland wurde nur dritter und führt jetzt nur noch mit fünf Punkten vor Shihiln in der Meisterschaft. Der 16-jährige Lokalmatador Luke Ackermann aus Thüringen belegte vor den heimischen Fans als Rookie mit einer grandiosen Leistung einen starken vierten Platz. Dies ist auch das beste Ergebnis, das je ein Deutscher geschafft hat. Am 23. August geht die Tour in die letzte Runde und die Fans in Pretoria können sich auf ein spannendes Finale mit den weltbesten FMX-Fahrern freuen.